ich bin mal ins gras gelegt wie lange geht es mir denn jetzt noch sick hier soll denn dann ach wenn jetzt eine dose leer ist dann geht die nicht mehr weg aus dem inventar kann das auch bei mir schon ja mal ich habe in der tontisch das ganze normalen prozent weil sie ist immer raus gerade würde ich mir noch mal so alkohol rein rein klopfen was ist noch nicht gemacht ja doch ich habe jetzt noch mal eine eine rein kann sein dass das server hier ganz schön zeitverzögert ist möglich wieso wegen dem trinken und dem essen und den ganzen kram wo bist du ja das dauert deutlich lang ich liege hier im gras ich gehe schon ein stückchen weiter gleich 30 40 50 meter vom tor weg schon bei dem kleinen haus naja sind schon dann vorbei langsam über die wiese zum tor da sehe ich das soll der tag werden das einzige was ich hier habe sind halluzinationen dass hier mal irgendwo was ist wie kann man denn hier rein in den saft lang wo war das denn noch so ja stimmt hier war das was liegt denn hier unten oh reinigungskit für die waffe zweimal geil ich will die sie was bringt das rein hier eigentlich sieht das irgendwas oh ein essen mit 0% dicht hier oben oh warte mal hin ein weapon flashlight liegt hier oben ja das habe ich auf meinen körper gezogen jetzt ist es im inventar ok kann ich das hier irgendwo anbauen yes oder nö scheiße wie brauche ich das flashlight an die wir fahren was muss ich dafür abnehmen äh was ist das damage dann ist kaputt ne na wenn es damage ist dann ist es kaputt man sieht auch nichts hier wenn ich mein inventar auf und lauf dann dann siehst du wenn es oben links im fenster drin ist ja an was geht es momentan ne aber es ist ja nur damage das flashlight ist ja nicht badly damaged ich weiß noch nicht was ich dafür abmontieren muss das bajonett vielleicht hast du es auch gesammelt ne ne also musst du das bajonett glaube ich absetzen ne 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 das geht auch nicht nein so ne das wieder drauf zwei weinen vielleicht die normale so unter und jetzt wieder drauf alles danach sein ist einer was wo bei den baracken bei was bei den baracken hast du gesehen ja wie hast du den von bis dahin gesehen meiner muss ihm richtig hin wo welche natürlich nicht mehr oder welche barack ist sie so musik wie ich lege gerade ja da wo wir wo wir ein kann jetzt mal belebt haben dass er gerade hingelaufen mein herz ist er auch gleich wieder zurückkommen vor dem rasen der kann von da hinten irgendwo von wo kam der rechts oder von links wo wir gekommen sind er kam jetzt von geradeaus also nicht von da wo wir kommen dann will er bestimmt auch gleich hier rein das könnte sein gucken ob ich übersehe aber dann warten wir nämlich dann bleiben dann kriege ich gleich ein stückchen zurück sobald er hier auf das gebäude zu läuft kriege ein stück zurück und warten dass er hier die treppe hoch kommt noch sehe ich nämlich nichts der hatte nämlich auch eine gasmaske auf da habe ich was bewegen sehen was ist das du müsstest definitiv mehr sehen als ich ja ich weiß ich sehe nur grau ja ich sehe auch nur grau also hast du auch so schwarzer schatten dann im boden teilweise neben boden so nicht aber es ist halt man sieht halt sehr wenig und soll ich mich mal hin hocken genau kein nicht dass er sich sieht man noch nicht schießen auch wenn man mit dem der bleibt doch mit dem musik absuchen jetzt mal ehrlich der bleibt doch nicht ewig da drin vor ein paar sekunden kann es ja schon dauern sehr dunkel da schnell läuft er das waren regentropfen er kann ja da hinten auch eigentlich nirgendwo weg oder kann wieder zurücklaufen ja wenn zurücklaufen hätte ich ihn eigentlich gesehen oder hinter dem gebäude lang aber dann muss er hier irgendwo wieder auftauchen ich bin mir auch nicht sicher ob ich den dann sehen würde ah ich lege mich jetzt mal lieber hin musst du nur dein gehör aufhaben dein gehör an nicht auf ich zoome die ganze zeit mich schon ran ich hoffe mit mir geht es nicht zu ende das ist ja echt lange drin du hast du meinst du hast du nicht getäuscht nein da war auf jeden fall einer guck mal langsam hin ich meine es ist dunkel ja wenn er auch gut sehen kann so wie wir siehst du ja später im video also bei mir siehst du kann es eigentlich alles perfekt sehen dann können wir ja ruhig hingehen ja ich sag ja nur wenn er auch so gut gucken kann wie ich dann ist natürlich schlecht also wir gehen zumindest raus legen uns gegenüber von den Baracken warten dass er rauskommt kann man die treppe runterraufen weiße nicht geht auch mal nach oben dann gehe ich mich erstmal hier runter na komm runter da machen die auch geräusche beim laufen das ist ja das ding das ist ja jetzt hier reingelungert kommt was links rum meinst du naja klar was macht der da hat er sich da drin ausgelockt vielleicht weiß ich nicht ich habe keinen Blick mehr drauf wenn man jetzt kann doch ein Zahn wir haben können sie jetzt so gut wollen möchte ich ja du liegst sie ja du liegst oh man guck mal ich hab auf jeden Fall in Seefriede dabei Juppie Alter oh man ey ja dann mach ich mal bei einer Aufnahme kurz aus muss ich den D3 in der Hand nehmen ja ne ja und dann Batterie habe ich reingepackt geil wenn der Typ jetzt kommt leid mich tot hoffentlich funktioniert der weil der ist glaube ich damaged schon apply defibrillator oder use apply ne ausrüsten turn off use use on yourself nein apply you start receiving macro ja vielleicht siehst du ja gleich so wie der icon das war ja nur grafik ich hab dich wieder belebt passiert das geht immer doch aber wir haben dem icon auch dings gegeben ne diese packs scheiße ja aber eben auch noch kannst du mir sonst äh in meinem Inventar also auch noch trinken und essen kannst du ja versuchen ob du mir was zu trinken geben kannst ob das hilft oder ich guck mal sonst mal warte mal ohnmächtig was hilft dass deine Leiche gleich weg ist ne bin ja nicht tot das stimmt das stimmt das stimmt die Produkte kochsalzlösung ja defry benutzen defry habe ich doch benutzt ja kannst du nochmal versuchen oder vorher große abzupfen also Versuch einfach ein paar mal hintereinander, ist ja egal, wenn die Batterien leer ist, ist sie leer. Ja, es ist ja sexvoll, receive makro. Nochmal. No, ich warte. Gib mir Stromschocks ohne Ende. Leg mich irgendwo auch so auf ein hohes Dach, damit ich so einen Blitz kriege. Scheiße. Das ist schon das vierte Mal jetzt. Vielleicht müsstest du eigentlich schon tot sein, so viel Strom, Stöße, wie die hier. Ansonsten könnte noch eine Lampe drin sein, vielleicht ist ja meine Batterie zu schwach. Ich habe eine Waffe mit Lampe, da ist vielleicht eine Batterie drin. Vielleicht hast du auch noch irgendwo eine. No, das geht ja immer noch. Badly Damage. Badly Damage. Badly Damage. Badly Damage. So habe ich ihn ja schon, es hat geblitzt und er hat umgedonnert. Was machen wir denn jetzt? Gute Frage. Eine sehr gute Frage. Sterben, oder was? Bin ich sterben? Ja, was soll ich machen? Keine Ahnung, lass mich da liegen. Lass mich zurück und rette dich. Das gibt es doch jetzt nicht, man muss sich doch hier wieder hochkriegen. Ich habe dich jetzt schon bestimmt gefühlt, du tausendmal live mit dem Ding. Vielleicht dauert das auch einfach nur. Oder? Na ja, der kann bis zu, also man macht ja auf jeden Fall wieder hochkriegen, kann aber bis zu 5 Minuten oder 40 Minuten dauern. Oder so, hat der Alkan gesagt. Natürlich doof. Ich hätte nur die Frage, was passiert, wenn ich aufwache. Ja, der Typ ist bestimmt jetzt auch schon lange weg. Oder besucht mich hier gleich. Wach auf. Oh, du bewegst dich über den Boden. Ja, aber steht immer noch. Ich habe auch keinen Platz mehr. Warum nicht? Wieso habe ich keinen Platz mehr? Ich muss irgendwie ins Krankenhaus rennen. Nach dem suchen. Ja, in der Nacht. Ja, umso besser. Nacht finde ich da sowieso nichts. Weil dann liegst du hier alleine rum. Bist du gleich sowieso tot. Wieso? Ich dicke ja da gut in der Ecke. Ob das so gut ist direkt hier vorne am... Manchmal ist es zumindest keiner. Gibt es nicht hier auch diese Seligenpacks zu finden? Also im Krankenhäuser ist die eh so Wahrscheinlichkeit. Wenn du Glück hast, findest du vielleicht irgendwie ganz hinten am Ende oder sowas. Vielleicht ist es die Peck. Ich weiß es nicht, aber es ist halt wer. Wo soll ich da jetzt hinlaufen? Aber das ist auch wieder so ewig laufereien weit weg dann. Ich guck mal jetzt hier in den Baracken, oder? Na, du kannst es machen. Ich sehe ja nichts. Mach mir einen Stream an. Mach mir einen Stream an. Nix. Du siehst bei mir eh nichts. Kaum was. Du siehst nicht viel. Bleib hier liegen. Geht mal weiter. Guck mal, ob du da was findest. Jetzt wird sich, wenn ich ran direkt drüben... Da, 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 da. You are dead. Ich sehe nicht mehr den Eingang. Ist das hier eine Baracke? Ey, ganz ehrlich, ich bin total blind. Ich find mich mal den Eingang. Wo bin ich denn hier? Hallo. Hä? Oder stehen die Baracken hier anders? Ach, hier sind die. Das kann ja was werden. Jetzt zieht die Tür auf. Jetzt hätte ich da bestimmt nur irgendein kapotten Weg ausgelöst. Oranger Rucksack. Klebeband. Vielleicht muss ich dir den Mund zukleben, damit du dir irgendwie löst. Ich weiß nicht mal. Ich weiß noch nicht, in welche Baracke der gegangen ist. In die erste. Also in der ersten hier ist nix. Eie, 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 ist das ein Krampf. Dunkel ist das ja richtig mies. Also hier steht auch mit, ähm, epinephrin. Epipen. Ja. Ja, habe ich sie persönlich, glaube ich, erst einmal gefunden. Das sind die, äh, vimorphiuminjektoren. Ja, mit dem kannst du auch Leute aus oben kommen. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Aber, wie gesagt, da habe ich erst, glaube ich, einmal eingefunden hier. Oh nein, oh nein, jetzt geht ich hier rum. Meine Scheiße. Natürlich Käse, Mann. Kimmo und Korn für eine Waffe. Schuhe. Ach, hier, weißt du, warum dem Mann, die sein Dings verschwunden ist? Weil er sich ausgelockt hat vorhin. Ja. Steht mich in den Patch-Notes. Wenn sich Spieler ausloggen, dann bleibt der Avatar für 30 Sekunden auf dem Boden liegen. Äh, Spieler müssen sicher gehen, dass sie sich sicher ausloggen. Oder dass sie, dass sie in Sicherheit sind, wenn sie sich ausloggen. Ja. Naja, so haben die das auch so eingefügt. Das heißt, wenn, wenn ich mich jetzt ausloggen würde, würde ich wahrscheinlich noch 30 Sekunden noch stehen bleiben. In der Polizeistation gibt es jetzt auch noch Loot. Wo sind die Polizeistationen? Weiß ich nicht. Da steht nur Police Station, now spawned Loot. Hunger, äh, hungry and thirsty is likely modified. Hier im Krankenhaus kann auch immer noch irgendwelche Scheiße rumliegen. Cargo Pen. Nur Dreck, äh. Nur Käse. Scheiße. Frau, wo bin ich hier? Ich seh nix. Wasserflasche. Mann. Wenn die einen guten Zustand hat, dann bringen wir mit. Meiner ist nicht schlecht. Naja, ruiniert. Können wir doch nicht wegschmeißen. Ja. Scheiße, was machen wir jetzt? Kann warten. Jetzt halt weiter rumliegen auf, wenn du willst. Boah. Mann. Soll ich jetzt auch noch ein bisschen nach Czerno laufen, oder? Du musst so wissen, wie du magst. Ich muss den vernehmen, ich riech. Das könnte wieder so ein Kramp werden. Kann ich sehen, wie du mir ja nicht mal das Krankenhaus, glaube ich, oder? Also ein Krankenhaus ist auf jeden Fall ganz links. Und in dem anderen waren wir ja vorhin schon. Ja, aber das ist ja ein anderer Server wieder. Ach so, ja. Komm wieder zu dir, Kerl. Sorry, ich renne das mal nur geradeaus.